Cerec ist ein modernes Hightech-Verfahren, mit dem Zähne in nur einem Termin mit langlebiger, ästhetischer und körperverträglicher Keramik versorgt werden können. Mit Teilkronen und Kronen zur langfristigen Erhaltung ihrer Zähne. Mit stabilen Keramik-Inlays statt Amalgam- oder Kunststofffüllungen. Das alles ist möglich ohne minutenlange Abformung und eventuellem Würgereiz. Ohne zweiten Termin und erneuter Betäubungsspritze für das Einsetzen der Keramik. Ohne lästige Provisorien, mit denen Sie tagelang nicht richtig essen könnten. Wie geht das? Anstelle einer Abformung machen wir mit der Cerec-Kamera eine kurze digitale Aufnahme der Zähne. Der Cerec-Computer schlägt automatisch die passende Form der Keramikrestauration vor, die wir am Monitor noch optimieren können. Aus einem kleinen, farblich passenden Keramikblock fertigt die Cerec-Fräsmaschine innerhalb weniger Minuten die Keramikrestauration. Sie kann danach sofort eingesetzt werden. Fertig! Wegen dieser vielen Vorteile haben sich weltweit schon Millionen Menschen für eine Zahnbehandlung mit Cerec entschieden. Wenn auch Sie Wert auf eine moderne und zeitsparende Behandlung mit körperverträglicher und ästhetischer Keramik legen, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach zur Terminvereinbarung an.